Management studieren An der Hochschule Makromedia heißt das Praxis pur. Bei den Sport- und Eventmanagern am Campus München beginnt das zweite Semester mit einer Outdoor-Exkursion. Das eigene Erleben ermöglicht ein tiefes Verständnis, wie Managementprozesse funktionieren. Ein Best of the Learnings hier für euch als Reihe. Macht euch klar, ihr habt eine Zielsetzung, das Ding muss runter. Ihr habt eine Problemstellung und eine Ausgangssituation, das Ding geht nicht runter. Findet raus, warum. Studierenden, die jetzt hier vor diese Aufgaben gestellt bekommen, müssen jetzt erstmalig Probleme lösen mit einer Struktur. ...gelegten Stern dort, mittel des Fellnisses soll der Stern liegen. Zweitens, ihr seht nichts auf dem Weg dorthin und auch beim Liegen nicht. Und drittens, hier dringend könnt ihr wunderbar planen und vorbereiten. Dass sie mit einer Struktur an Probleme herangehen, die sie bisher überhaupt noch nicht kennen. Darin trainieren wir die und erschweren das Ganze mit dem kommunikativen Aspekt. Das heißt, sie müssen neben der Struktur auch noch Kommunikation managen. Und das Zusammenspiel kennen sie bisher in der Form noch nicht. Und das hoffen wir natürlich durch diese Spiele dann zu optimieren. Das heißt, sie müssen neben der Struktur auch noch kommunikationen sein. ... ... ...